Der Mr. Olympia steht vor der Türe, das heißt das Dream Team ist zurück. John-Pierre Fuchs und meine Wenigkeit werden euch live berichten vom Mr. Olympia in Las Vegas abends von der Men's Open Bodybuilding Show, dem Pre-Judging am Freitagabend. Dann ist bei euch natürlich schon Samstagmorgen und ich kann es nicht live, live machen, denn sonst werde ich verbannt vom YouTube und die nehmen mir meinen Channel weg. Also werde ich es etwas zeitversetzt machen, zusammenschneiden. Die Vorwahl vom Mr. Olympia Open Bodybuilding werdet ihr dann am Samstagmorgen, ich nehme an, um 8 Uhr morgens rum, 9 Uhr morgens rum, auf dem Tisch haben, beziehungsweise auf meinem Channel sehen, was John-Pierre Fuchs und ich dazu zu sagen haben. Des Weiteren am Samstag, unser Morgen, 9 Uhr, 9.30 Uhr, Klassikphysik, Vorwahl. Die kommt dann zu euch, lasse ich mal rechnen, 10, 7, wahrscheinlich so gegen 8, 9 Uhr abends, eher 9, 9 Uhr abends, Samstagabend, werde ich euch dann die Klassikphysik-Vorwahl mit John-Pierre Fuchs und mir präsentieren. Wir werden natürlich unseren Senf dazugeben und wir werden natürlich auch euch sagen, was wir denken, wie es ausgehen wird, wie sich die Jungs alle platzieren. Wir hoffen natürlich auf eine hohe Platzierung von Mike und Urs. Da sind wir sehr gespannt. Natürlich gucken wir auch mal beim Figure Olympia rein und mal kurz beim Wellness. Falls unsere Mädels, also ich gebe mal aus beim Figure, schaffen sie die Top 10 und falls das Girl Lisa Maiswinkel auch die Top 10 schafft, dass wir da auch nochmal irgendwie was Kurzes zeigen. Ich kann es euch nicht 100% versprechen, aber das ist der Plan. Aber ich verspreche euch, Open Men's Bodybuilding, Klassikphysik, Bodybuilding, Vorwahl, kommt zu euch, zu den Zeiten, die ich erwähnt habe. More or less. Da weiß man nie so genau, ob die da so pünktlich sind und dann natürlich das Zusammenschneiden kostet auch noch Zeit. Also das war meine kurze Ansage für den Mr. Olympia Schedule, Zeitplan für euch mit John-Pierre Fuchs und mir für Freitag, also beziehungsweise Samstagmorgen, Samstagabend bei euch in Deutschland. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns bis dahin und es wird gut werden. Also, bis dann. Bis dann. Bis dann.